Eine Prüfung fürs Leben Respekt, junger Mann! Eher würde er sich die Zunge abbeißen, als einen Mitschüler zu verraten. Und das, obwohl der Lehrer tobte und drohte. Der Schüler stand vor dem Ofen des Klassenzimmers, vertieft in den Anblick einer Karikatur. Er merkte nicht, dass der Dargestellte plötzlich hinter ihm stand. Der Magister zerrte den vermeintlichen Künstler ins Direktorat. Der Schulleiter machte dort kurzen Prozess und schmiss den 18-Jährigen von der Lehranstalt. Dies alles geschah wenige Monate vor dem Abitur. Dabei waren die Leistungen des zu Unrecht Bestraften bis auf einen einmaligen Ausrutscher in Physik durch die Bank 1a. Er büffelte zu Hause weiter. Ein Jahr später wurde er gnädigerweise als Externer zum Abitur zugelassen und hatte wieder Pech. Ausgerechnet der beleidigte Pädagoge von damals saß der Prüfungskommission vor. Er rächte sich ein zweites Mal und ließ den Abiturienten durch die Prüfung rasseln. Ohne Zeugnis der Hochschulreife hatte der junge Mann auf ein Studium an der Universität seiner Heimatstadt keine Chance. Zwei Semester hörte er sich als Gastvorlesung an, dann ging er nach Zürich. An der Technischen Hochschule dort war das Studieren auch ohne Reifezeugnis möglich. Die stattdessen nötige Aufnahmeprüfung erließ man ihm, weil er so gute Noten hatte. Er machte seinen Maschinenbauingenieur und beendete ein Physikstudium als Doktor. Danach wollte er sich in Würzburg habilitieren. Doch die Universität nahm ihn nicht, wegen des fehlenden Abiturs. Schließlich konnte er sich in Straßburg den Professorentitel holen. Jahre später bot ihm ausgerechnet Würzburg einen Lehrstuhl und danach sogar den Rektorenposten an. In der Stadt am Main machte er seine bahnbrechende Entdeckung, für die er den ersten Nobelpreis, der je verliehen wurde, bekam. Wer war das? Wilhelm Konrad Röntgen und der gläserne Mensch Geboren am 27.03.1845 in Lennep, Remscheid. Gestorben am 10.02.1923 in München. Aber, aber, Herr Professor, warum denn so bescheiden? Dass er weltberühmt geworden war, hatte Wilhelm Konrad Röntgen nicht verhindern können. Aber Auftritte in der Öffentlichkeit schreckten den 56-jährigen Physiker immer noch ab. Am wohlsten fühlte er sich in seinem Labor. Dorthin hätte er sich auch am 10. Dezember 1901 am liebsten zurückgezogen. An diesem Tag wurde ihm die höchste Ehre zuteil, die es überhaupt für einen Wissenschaftler gab. Ihm wurde in Stockholm der Nobelpreis für Physik verliehen. Es war das erste Mal, dass ein Wissenschaftler ihn bekam. Und was machte Röntgen? Er weigerte sich, anschließend vor der noblen Gesellschaft, darunter der schwedische König, den erbetenen Festvortrag zu halten. Das Preisgeld von stolzen 50.000 Kronen behielt er nicht für sich, sondern spendete es der Würzburger Universität. Ausgerechnet Würzburg. Dort hatte man wegen des fehlenden Abiturs fast seine wissenschaftliche Laufbahn verhindert. Wie gut, dass Röntgen nicht nachtragend war. Nein, Wilhelm Konrad Röntgen war niemand, dem Ruhm zu Kopfe stieg. Er blieb auch als hochdekorierter Wissenschaftler ein aufrechter, zurückhaltender und bescheidener Mann. Dabei hätte er schwer reich werden können. Er aber dachte nicht im Traum daran, für seine Entdeckung der nach ihm benannten Röntgenstrahlen ein Patent anzumelden und Geld daraus zu machen. Sein Selbstverständnis von Wissenschaft war ein anderes. Er war der Ansicht, dass die Menschheit einen Anspruch auf Fortschritt durch Forschung hat, allemal, wenn es um medizinische Errungenschaften ging. Seine X-Strahlen machten es möglich, einem Kranken, ohne ihn aufschneiden zu müssen, tief in den Körper zu sehen. Ganz so, als sei er aus Glas. Röntgen war so bescheiden, dass es ihn sogar ärgerte, dass die Deutschen hartnäckig von Röntgen statt von X-Strahlen sprachen. So hatte er selbst sie nach dem X als Zeichen für die Unbekannte in mathematischen Gleichungen benannt. Außerhalb des deutschsprachigen Raumes werden die Röntgenstrahlen X-Ray genannt. Der Nobelpreis für Physik war die Krönung für ein Forscherleben, dass Gottlob weder der rachsüchtige Lehrer in Utrecht noch andere akademische Kleingeister verhindern konnten. In Utrecht, an der Technischen Schule der niederländischen Stadt, war 1863 das Malheur mit dem verweigerten Abiturzeugnis passiert. Als alter Mann sollte Röntgen später sagen, Schülerexamen geben meistens keinen Anhaltspunkt. Die wirkliche Probe auf Befähigung bringt erst das spätere Leben. Das von Wilhelm Konrad Röntgen hatte am 27. März 1845 begonnen. Als einziges Kind des Kaufmanns und Tuchfabrikanten Friedrich Röntgen und dessen Frau Charlotte Konstanze wurde er in Lennep im Bergischen Land geboren. Um die Geschäfte des Vaters am Gänsemarkt 1 stand es allerdings nicht gut. Deshalb zog die Familie drei Jahre später ins niederländische Apeldorn um, wo Konrad auch eingeschult wurde. Mit 16 Jahren wechselte er an die Technische Schule in Utrecht. Der glärige junge Mann gehörte bald zu den Besten, bis er für den despektierlichen Streich eines Mitschülers den Kopf hinhielt und deshalb von der Schule flog. Wir wissen nicht, ob die Eltern stolz auf das mannhafte Verhalten ihres Sohnes waren oder ob er deswegen zu Hause Ärger bekam. Auch bleibt ungewiss, ob der Vater versuchte, seinen Jungen vor der Rachsucht des beleidigten Pädagogen in Schutz zu nehmen. Vielleicht vertraute er einfach darauf, dass Konrad seinen Weg schon machen würde. Was dann ja geschah.